Herr Shakiri, was sagen Sie zu dem 1-0-Sieg gegen Kamerun? Ja, mehr kannst du nix machen. Diese Afrikaner sind alle so schnell. Anfang war wirklich sehr schwer. Die waren alle so schnell wie Etuo damals auf Sony Playstation. Kein so gutes Spiel gemacht haben wir in der ersten Halbzeit. Kamerun hatte gute Chancen. Unsere Gruppe ist nix einfach so. Haben Brasil und Serbino, wird spannend. In der zweiten Halbzeit waren wir dann viel besser, haben 1-0 gemacht. Ich hab da ein bisschen getanzt bei Eck vorne, so tanze ich mal auf Hochzeiten. Ja, wir sind nix. Wie Deutschland oder auch Argentina haben das Spiel verloren und wir sind besser. Unser Trainer hat uns Feigen gegeben. Er hat in der Halbzeit gesagt, ey Leute, was macht ihr da? Was macht ihr da? Geht da raus und gewinnt dieses Spiel. Da hat er mir so gegeben einen Nackenklatscher. Und dann war schon ein gutes Spiel. Und danke den Fans, die gekommen sind. Vielen Dank, Herr Shakiri. Zurück zum Studio.